Also, seid ihr gewohnt, mittelalterlich zu malen? Seht ihr einzig und allein auf der Tafel ein schmales Messerlein liegen? Das ist, weil die Gabel abwesend ist, denn die Gabel aus der 3, zack, ist ein Werkzeug des Deibels. Das ist, weil die Gabel abwesend ist, denn die Gabel aus der 3, zack, ist ein Werkzeug des Deibels. Durch das, low abwesend ist, denn die Gabel aus der 3, zack, ist ein Werkzeug des Deibels. Untertitelung des ZDF für funk, 2017